Hallo bei Arctis.de. Ich bin hier mit Michael und wir haben wieder was Neues für euch. Michael, was hast du hier installiert? Wir haben hier die Arctis Pro Halterung für den CD-Schlitz. Ist mal, finde ich, eine ganz neue Variante. Man kennt ja die ganzen Lüftungsgitter und Saugnapfhalterung. Ja genau, ist ganz praktisch mal in dem CD-Kasten direkt installiert. Ich kann hier ja beliebige Smartphones wieder installieren und auch drehen, sehe ich hier gerade. Man muss, glaube ich, noch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt, je nachdem wo das Ganze installiert ist, nicht direkt an die Kupplung irgendwie beim Schalten oder so schlägt. Genau, hier ist es jetzt ein bisschen weit unten. Aber ich glaube, bei vielen ist es auch weit oben, sodass es mit den Schaltknüppeln auch gar nicht stört. Also, ob es jetzt stört, ist halt natürlich, kommt auf den Nutzer an. Also, wenn ich so noch mal schalte, den dritten, den ersten. Okay, das sollte auf jeden Fall halten und so weiter. Ja, eigentlich eine ganz praktische Haltung. Mal eine andere Variante als Lüftungsgitter oder Windschutzscheibenhalterung. Und ich glaube, man kann das sogar betreiben, wenn die CD noch im Schlitz ist. Genau. Zeig mal kurz hier. Hier zieht das Ganze auch aus. Also beliebige Smartphones auch mit Hülle oder ohne Hülle können dann installiert werden. Genau. Bestimmt auch ein iPhone 6 Plus noch rein. Okay. Und ich habe jetzt wirklich eine CD drin, weil die Frage wird sicherlich auftauchen. Also man sieht es hier vorne, dass Track 2 läuft. Ich kann es auch reinmachen. Man sieht es. Okay. CD ist drin. Okay. Und ich kann das Ganze natürlich auch. Also hier ist so eine kleine Schraube dran. Guck mal, ob ich die mit der Kamera so reinkriege. Oder sonst hol die mal raus, die Haltung und mach sie von hinten. Achso, so einfach eingesteckt dann da. Und dann wird die entsprechend so ein bisschen dann festgedreht. Die dreht man und dadurch verschiebt sich dieser Steg. Ah, okay. Dadurch geht jetzt nach unten. Dann hält er sich quasi von in so ein bisschen fest. Dann drückt er sich dagegen. Ja, eine ganz feine Geschichte. Ja, was kostet die? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Die ist glaube ich irgendwie 9 bis 14,90 glaube ich. Mal halten. Ja, ja. Irgendwie sowas. Also eigentlich eine ganz gute Alternative zu einer anderen Halterung. Und ja, da seht ihr auch die CD. Und jetzt noch bei Arctis.de. Ja, bis bald.